...wird das richtig zu einer ganz großen Herausforderung. Und sie hat natürlich den Vorteil, auch psychologisch, sie weiß, sie hat ein Rennen mehr, sie hat diesen Slalom, diese Möglichkeit. Ich finde ja genau, ui, das ist ein Unglaublich. Bitte, liebe Kinder, wegschauen hier im Mittagsprogramm. Stripeinlagen hier im Ziel, unglaublich.